Toni Luise Kassler. Und wann sind Sie geboren? Am 27.09.2022. Und wissen Sie, was passiert, wenn Sie diese Infusion aufmachen? Ja, dann sterbe ich. Ja, ja. Und das ist das, was Sie jetzt wollen? Ja. Ja, ja. Dann stelle ich Ihnen noch die Fragen. Wie ist Ihr Name? Erhard Kassler. Und wann sind Sie geboren? 12.02.18. Und Sie wissen auch, was passiert, wenn Sie jetzt Ihre Infusion aufmachen? Ja, freilich, ja. Was passiert dann? Dann sterbe ich. Dann sterben Sie. Und das ist auch das, was Sie jetzt unbedingt möchten? Ja. Dann sterben Sie ja. Dann sterben Sie nicht.